Du hast dir doch bestimmt schon einmal mit deinem Kumpel oder deiner Kumpeline eine eigene Geheimsprache ausgedacht, damit euch niemand verstehen kann. In der Musik ist es genau andersherum. Zwar gibt es auch eine Geheimsprache, nämlich die Artikulation, aber sie ist dafür da, um die Musik besser zu verstehen. Denn Artikulieren bedeutet in der Blockflötensprache, besonders deutlich und interessant zu sprechen. Und das funktioniert so. Vor jeder Silbe sprichst du ein D. Zum Beispiel wird aus Hallo Dado aus Wie heißt du? Dideidu. Mein Name ist Christina. Dideididida. Wollen wir spielen? Dode didididen. Ja gern. Was denn? Dadern. Dat denn. Eins, zwei, Polizei. Dai, dai, dodi, dai. Prima. Dieder. Auf Wiedersehen. Daudidarden. Sprich nun den Text deines Lieblingsliedes in Geheimsprache oder denke dir eigene Texte aus. Viel Spaß dabei und tschüss. Dida, da, dai, don, düss.